Die Digitalisierung grundsätzlich ist eine Riesenchance, eben Silos auch zu überwinden und das nicht nur auf Standardebene, dort gibt es auch diverse Silos, die noch aufgebrochen werden können, aber auch im grenzüberschreitenden internationalen Umfeld braucht es die Kooperation, aber eben es ist eine Kulturfrage im Endeffekt, ob man das will.